B-Primer meine Freunde und herzlich willkommen zur Prüfung des Adlers. Im vorherigen Part haben wir uns der Prüfung der Spinne gewidmet. Und gut, das war jetzt relativ easy, wir haben ein bisschen klettern. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Let's go! Das sieht auf jeden Fall komplex aus. Sie steht noch nach Jahrhunderten voller Stirn und Erdbeben. Okay, also das ist hier irgendwie ein riesiges Konstrukt, was sich dreht. Also ich geh mal davon aus, dass wir da hochklettern müssen, oder? Okay, dann gehen wir erstmal runter. Ach du Scheiße. Wie tief ist das denn bitte? Nicht abbrechen, nicht abbrechen. Ja, ich bin gespannt, ob wir jetzt hier diesen komischen... Wäre eine Leiter, wenn's richtig herum wär. ...Zombiefiechern begegnen. Oh, hier heißt es Balancieren. Oh, Scheiße! Verzeihung? Äh, so geht's nicht. Okay. Können wir hier hochklettern? Ja. Darf gehen wir hochklettern, hochklettern, hochklettern. Na dann. Gucken wir mal erstmal, wie weit wir kommen, oder müssen wir... ...doch auf'n anderen Weg... ...dorthin gelangen. Also bin ich von da gerade gekommen. Was bringt mir das jetzt hier? Kann ich mich abzeilen? Und jetzt? Also... Okay. Da haben wir schon mal... ...ein Seil, wo war... ...das bestimmt wieder irgendwo... ...befestigen können. Ah. Ich schätze mal da. Okay, wie kommen wir hier rüber? Schaffe ich das mit dem Sprung? Oder... ...gibt's einen anderen Weg? Ich schätze, es gibt einen anderen Weg. Okay. Über außen wahrscheinlich, ne? Ich kann jetzt ranzschwingen. Ich glaube, wir müssen... ...n Stück tiefer runter. Sieht gut aus. So. Sieht vielversprechend aus. Oh. Beeindruckend. Okay, also jetzt haben wir es irgendwie... ...in Gang gesetzt, würde ich sagen. Und da müssen wir höchstwahrscheinlich... ...ranspringen. Ich würde nur noch mal kurz... ...den Wasserfall hier angucken. Geil. Schön gemacht. Schön gemacht. Ach du Scheiße. Oh, 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 oh. Ich bin überfordert. Daran? Vielleicht? Abwarten, abwarten. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Geschafft. Okay. Was ist jetzt los? Okay, das scheint der erste... ...oder... ...der erste Step gewesen zu sein. Was ist jetzt richtig hier? Okay, hochziehen kann ich mich nicht. Oh Gott. Machen wir mal weiter. Ach so, ich bin gleich runter. Ach so. Ach so. Oh Mann. Okay. Kann ich hier irgendwo ranspringen? Oder muss ich über außen? Kann man hier... Nee, da kann man wahrscheinlich gleich kette. Balancieren. Nein. Scheiße. Nicht balancieren. Okay. Schon gut, dass wir oben sind. Ähm. Was ist denn? Dann gehen wir erstmal nochmal an diese Stelle. Dann, äh... ...gucken wir mal... ...was langsam. Was wir noch für Optionen haben. Ich weiß nicht, ob man denn... ...den Dingern hier... ...klettern kann. Sieht nicht so aus. Wo können wir ran? Ich muss höher rauf. Darüber. Ich bin sicher, dass wir hier nicht balancieren können. Habe ich vielleicht nur den Sprung verkackt? Nee, ich habe den Sprung nicht verkackt. Okay. Das ist nicht gewollt. Dann muss es einen anderen Weg geben. Dann muss ich ja irgendwie... ...irgendwo rankommen. Was haben wir denn da überhaupt? Kann ich hier irgendwas... ...genutzen? Ich glaube nicht. Geht's vielleicht... ...doch außen lang? Was haben wir hier? Ein paar Ressourcen? Oder... ...hat das noch mehr sein? Vielleicht erreiche ich irgendwie die andere Seite hier... ...von außen? Oder muss ich einmal... ...rumlaufen, oder was? Geht bestimmt nicht hoch. Oh, 100%. Exodus der Maya. Warum zu bröckeln begann... ...entschieden sich die Menschen weiterzuziehen. Es drängte sie nach Süden, um zu verhindern... ...dass das ihnen anvertraute Artefakt... ...ihren Feinden in die Hände fällt. Ja, schön Fly with me, wa? Wenn das alles vorgelesen wird. Okay, dann haben wir schon noch eins. Klettern? Natürlich nicht. Kann man da ein bisschen buddeln? Okay. Also... Mal überlegen. Was können wir noch machen? Vielleicht müssen wir ja auch... ...ein ganz woanders sein. Oh, oh, ups. Also einen falschen Schritt... ...und das war's hier, Leute. Vielleicht müssen wir ja auch hier irgendwo anders sein. Aber auf diesen Dingern kann ich mich nicht halten hier. Die drehen sich ja auch die ganze Zeit. Gibt es hier weiter einen Weg nach oben? Also hier... ...komm ich nicht weiter. Das muss... Das muss schon... Das muss schon irgendwie... ...weil sein. Da komm ich ja auch. Ja, oder so. Nee. Kann ja nicht sein, dass es hier nur nach draußen geht, über diesen Weg. Oh, komm mal da oben. Da ist so eine Plattform. Genau über mir gerade. Reiche ich die irgendwie? Die scheint gar nicht so weit weg zu sein. Aber hier ist halt nichts mehr, ne? Da komm ich auch nicht hoch. Hier kann man schon mal irgendwas klettern. Ja, Mann, ey. Was? Irgendwas muss ich hier machen können. Vielleicht irgendwo springen und dann... ...mich wieder einhaken. Ich muss höher rauf. Da hat sich was geöffnet, wenn ich das... ...wenn ich daran ziehe. Habe ich hier irgendwo noch eine... ...so eine Spule? Nee. Das klingt. So eine zwei Flügel öffnen sich da. Gibt es hier irgendwo noch so eine Spule? Mist. Hier außen... ...habe ich hier schon geguckt. Hier geht es nicht weiter. Also vielleicht muss ich irgendwie... ...das hier wieder... ...irgendwas anderes ranbinden. Habe ich einen übersehen? Was hat das auf sich mit diesen... ...diesen Scheiben? Kann ich da irgendwas machen? Vielleicht kann ich irgendwas mit diesen Scheiben machen. Ah, ich kann die hochklettern. Okay. Ich muss mich nur ein bisschen beeilen. Und so komme ich vielleicht... ...zum Ziel. Die geht noch nicht. Die geht noch nicht. Sehr schön. Jetzt sind wir wieder ein Stück hoch. Mehr Segel. Ist hier eine Spule? Oder gehe ich... Ich gehe erstmal rüber. So, weil das hier... ...muss ich 100 pro... ...als ich schon sagte... ...mehr Segel... ...an irgendeiner Spule hauen. Oh nein. Oh nein. Da bin ich falsch gejumpt. Äh... ...muss ich mich ganz kurz orientieren. So, und hier jetzt... ...einmal hoch. Wow. Oh, Scheiße. Ah, das war knapp. Okay. Kurz mal raus. Ah. Oh. Kann ich die überhaupt... ...äh... ...kann ich die da durchschießen? Das sehe ich ja gar nicht. Hier ist noch einer. Ich glaube, die ist nur zum Abseilen, oder? Ein Abseilen. Wo waren die jetzt? Ah, vielleicht muss ich aber erstmal weiter. Mal schauen. Soll ich nur kurz mal das Timing abpassen? Und los. Okay. Vielleicht oben? Komm hier oben, wie? Okay, dann muss es so gehen. Dann ist das hier unser... ...unser Weg, auf jeden Fall. So, da ist einer und da ist einer. Was ist denn, wenn ich das so mache? Hat das jetzt was verändert? Ich glaube, das hat gerade nichts verändert, oder? Das reißt sofort wieder ab. Umgekehrt? Das ist ja kein Sinn. Okay. Okay, irgendwo muss ich die ranhauen. Aber... ...ich habe hier gar kein Sichtfeld. Geht's hier noch weiter hoch? Guck mal, hier ist noch eine Spule. Nee, doch mal, stopp. So rum vielleicht? Ah, so macht man das... ...kaputt, das Ganze. Kann ich das hier vielleicht selber rausziehen? Das könnte klappen. Ah. Jetzt? Verdammt! Der Hebel kann die Tür nicht mehr halten. Aha. Alles klar. Dann ziehen wir das mal vor und stabilisieren das dann. Schnell mit dem hier. Von Null aber. Da. Bam. Gut, jetzt dreht sich die Leiter. Okay. Ich glaube, hier muss ich gar nicht lang. Ich brauche einen anderen Weg nach oben. Oh oh. Hey, 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 hey. Ich muss mich hier runter. Vielleicht kann ich die Maschine erklettern. Okay. Oh. Ah, scheiße, Mann. Okay, jetzt haben wir aber einen Weg. So, Leiter. Was, warum? Aber es ist völlig normal. Bei Tomb Raider gefühlt. 1000. 1000 und einmal. In die Tiefe zu stürzen, Freunde. Äh, äh. Kannst du mich hier hochziehen? Ja, kann ich. Da kann ich klettern. Nicht nach oben, außen rum. Und weiter. Schnell, 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 schnell. Und. Los. Hochziehen. Und bam. So. Von hier aus müsste ich runter zu der Kammer gelangen. Ah, okay. Gewagt. Dieser Sprung. Aber. Ich probier's einmal. Wir dürften es eigentlich überleben. Ich probier's jetzt einfach mal rein. Nein. Okay. Ach, Mann. Nehmen wir mit. Okay, also von ganz oben kann man nicht ran. Das heißt, wir müssen diese Leiter da hoch, ne? Also diese, dieses, äh, dieses Drehteil. Ach du Scheiße, wo sollen wir denn da hinkommen? Da müssen wir ran. Da muss es ja noch oben einen Weg geben. Ich bin dann erstmal wieder hoch. Ich glaube, wir sind an den falschen Räumen. Kann sein. Nein, doch nicht. Scheiße. Ich muss weiter klettern. Okay, dann rüber können wir nicht. Ah, Mann. Scheiße, Alter. Was ist denn jetzt los, Junge? So, geh weg, deine Rolle. Okay, durch. Erstmal hier runter. Okay, doch nicht da runter. So, jetzt nochmal. Hoch. Und. Jetzt gehen wir mal. Okay, gehen wir rechts. So, dann überlegen wir jetzt mal, von wo. Was können wir jetzt hier machen? Um. Oder kann. Von Auge zu Auge. In einem Tempel zu deinen Ehren. Um da rüber zu kommen. Wo können wir ran? Was können wir machen? Was ich wirklich da wohnt? Von hier aus müsste ich runter zu der Kammer gelangen. Ja, aber. Ach, da ist eine Wand. Ah. Alles klar. Na dann. Oder so. Alles klar. Das ist doch einfach, da rüber zu kommen. Ne? So, können wir uns hier abseilen? Okay. Okay. Und jetzt mit Timing. Vorsichtig. Mit Timing da ranschwingen. Komm schon, dreh dich. Oh, oh. Oh, oh. Ähm. Warum? Warum lässt sie los? Warum tust du sowas? Okay. Vielleicht schaffen wir es mit einmal so schwingen schon. Das heißt, wir schwingen jetzt. Oder jetzt. Scheiße. Okay. Das ist normal. Das ist das hier. So. Und jetzt. Was denn? Warum macht sie sowas? Okay. Also anscheinend darf ich nicht nach links laufen. Weil sie sonst loslässt. Vorsichtig. Okay. Ach, scheiße. Ich glaube, ich habe verkackt. Oh, okay. Schüße. So, wo können wir jetzt lang? Nach rechts? Nee, hoch. Einfach hoch. 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 Oh. So. Alles klar, Freunde. Wow. Was für ein Kletterparadies. Gut, dass wir von Kind auf schon, äh, auf unserem Spielplatz beim Croft-Einwesen geklettert sind. Oh man. Okay. Prüfung des Adlers. Check. Alles klar, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part, wenn es weitergeht und wir den, hoffentlich den Weg zur verbotenen oder verborgenen stattfinden. Bis dahin. Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Tschüss. called the